Hallo und Willkommen zu einem neuen Video von Ghost Recon Whitelands. Diesmal geht es um die Tor für den Erfolg Feuer und zwar hier in der Provinz Kaimanis in der Rebellen unter Schlupf Taiman Echo, wenn ihr dahin geht, das ist südöstlichsten Zipfel von Taimanis und dort habt ihr Hubschrauber und Autos und gleich einen Hubschrauber, den ihr klauen müsst und dort ist sozusagen, um eure Freischaltung für die Rebellen zu machen, müsst ihr einen Hubschrauber stehlen für die Rebellen. Das ist aber nicht das Primärziel hier dieses Videos, sondern die Trophäerfolg Feuer, bedeutet man muss mit den Mörser, also mit der Fähigkeit oder Fertigkeit, die man von den Rebellen freischaltet, der Mörserunterstützung den Hubschrauber abschießen, sozusagen den so Zäpfchen von oben reinschieben. Und das machen wir jetzt mal. Und zwar, wenn das nicht klappt, reißt sie einfach wieder zurück zu dem Stützpunkt der Rebellen und fahrt nochmal los. Der Leutnant hier, der hier gerade markiert wird, der ist ganz wichtig, der muss auf jeden Fall überleben. Weil der Fuzzi fliegt nämlich den Hubschrauber. Alle anderen stehen da nur dumm rum und gucken sich das Gerät an und der Erfolg wird dann nicht funktionieren. So, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass der Leutnant das mitkriegt, aber wenn er das mitkriegen soll, steht er nur dumm da und hat irgendwie Valium gefressen. Deswegen schieße ich ihn nochmal vor die Füße. Jetzt hat er es endlich mitgekriegt. Sobald er einsteigt und die Tür hinter sich zuknallt, Luftunterstützung anfordern. Oder kurz bevor er die Tür zuknallt. Und dann kommt's. So, das ist der Screenshot von der Trophy, weil die PS eigene Aufnahme nimmt die Trophies leider nicht auf. Und das war's eigentlich auch schon. Dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt und zugeguckt habt. Falls es euch gefallen hat, weil ich euch weiterhelfen konnte, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen oder ein Abo oder beides natürlich so viel umso viel mehr. Danke nochmal und auf wieder Tschüss. Ich mach hier nochmal sauber. Man muss ja nicht alles schmutzig hinterlassen. Und ciao. Ciao. So va, alles Paletti? All right. Untertitelung des ZDF, 2020